Auf Sylt gibt es etliche Tanz-in-den-Mai-Veranstaltungen. Bei Gosch im Listerhafen steigt ab 20.30 Uhr die große Oldie-Party Feiern am Strand. Das geht in Wenningstedt ab 21.30 Uhr bei Wonnemeier und um 22 Uhr im Cliff Kika. Südamerikanische Rhythmen erklingen um 20 Uhr im Keitomer Friesensaal. Um 19.30 Uhr wird bei der Hörnumer Feuerwehr an der Rantumer Straße in den Mai getanzt, in der ständigen Vertretung in Westerland. Und im Klassik-Club wird jeweils ab 21 Uhr aufgelegt. Wem bis dahin noch nicht die Feierpuste ausgegangen ist bei Peter Klim im Club Rotes Cliff in Kampen, geht die Party von 23 Uhr bis in den 1. Mai morgen. Euch da draußen wünscht das Team von Sylt TV eine tolle Tanznacht. Das Bis zum nächsten Mal.